Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Anklaggeschrift anzunehmen bei Baruni in Draka. In Maldraxxus sitzt es Primus an dieser Position. Vorquest war Blut aus einem Knochen. Nehmt die Quest hier an. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verblinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest bringen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Hoffentlich sind die Videos euch eine Hilfe. So jetzt zum Flugmeister und dann fliege ich nach Revendreth zu diesem Flugpunkt, die Hallen der Sühne. Solltet ihr diesen nicht haben, kann ich euch empfehlen zu diesem Flugpunkt zu fliegen, falls ihr den habt. Und dann kann man hier hinunterlaufen, hier durch und über diese Brücke und dann hier runter und dann den Weg entlang, da kommt ihr auch hier hin und dann natürlich am besten nicht vergessen den Flugpunkt zu holen. Ansonsten kann man noch zu diesem Flugpunkt fliegen, dann kann man hier hochlaufen, hier runter irgendwie und sich diesen Flugpunkt holen und dann hier hin und sich diesen Flugpunkt holen. Ansonsten gibt es noch zig Wege um zu diesem Punkt zu kommen. Ihr müsst euch halt ein bisschen an der Kft orientieren und diese Stufe immer hier benutzen, je nachdem von wo aus ihr startet. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, auf geht's ins Stargate. Es würde mich auch freuen, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert, wenn ihr vor habt, meine Videos anzuschauen. Das würde mich ein bisschen unterstützen und so würden wir uns gegenseitig unterstützen. Ich kann es auch verstehen, wenn ihr es nicht macht. Werbung mag keiner, denke ich. Aber ich erwähne es trotzdem. Vielleicht macht es ja der ein oder andere von euch. Würde mich sehr freuen. Okay, ich bin schon mal Revendreth und nun dauert der Flug noch ein bisschen. Ihr dürft natürlich auch gerne in die Kommentare Fragen stellen oder Tipps posten oder was ihr sonst noch wissen wollt. Ich versuche auch alle Sachen zu beantworten, falls es was zu beantworten gibt, natürlich. Aber auf jeden Fall werde ich alles lesen. Und das erkennt ihr. Und da waren wir auch da waren, dass ihr so ein Herzchen von mir bei dem Post bekommt. Dann wisst ihr, dass ich es gelesen habe und es nicht an mir vorbei ging. So, da bin ich auch schon. West ist abzugeben bei der Warnklägerin. In Revendreth. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Legs und viel Erfolg. Es ist okay. Und eh... ... ...